Hallo, hier ist Ronja und wir spielen heute eine weitere Folge Minecraft-Wolf und zwar als Spongebob-Charaktere. Ich bin Sandy, Flo ist Spongebob, der irgendwie... Ha! Spob... Spockbunga oder... Wie heißt der dieser Höhlenmensch? Foi, Foi! Spangu! Warte, Julian ist Patrick und Topps ist Taddeus, aber irgendwo, man weiß nicht genau. Topps hat kein Skill. Hallo! Hallo! Hi! Sie sehen gar nicht gruselig aus, die Skins. Das ist ganz normal. Oh mei! Ha, mei jo! Wir sind wieder in dem Mars. Topps ist Wolf, er habe ich geschlagen. Oh, oh. Ja, schade, Topps. Wer sagt Schlagsahne? Jeder. Jeder sagt Schlag-Obers. Nein! Das sagen nur... Das sagen nur die Österreicher. Ich habe mich gewohnt. Was ist das für ein Ding? Was, 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 was? Also ich weiß, was... Ich weiß, was es ist, so ist es nicht, aber es klingt halt schon... Falsch. Das ist gut. Ja, du, das sagst doch nur in Österreich und in Deutschland, sagst du das deutsche Ding. Jedem seines, ja? Nein. Wir haben schon oft das Österreich-Thema gehabt, denn langsam ist Flo wütend. Da habe ich das Gefühl. Möchte jemand von euch eine Lederkappe? Was ist denn eine Lederkappe? Eine Lederkappe. Eine Lederhose. Möchte jemand von euch eine Lederharnisch? Nein! Harnisch. Ich will gerne irgendwas finden. Topps sagt, weil Haare vorkommen. Oder Topps, oder willst du Eisenstiefel? So redest du so komisch. Hör auf damit. Wir reden ja jetzt Deutsch. So redet man aber nicht in Deutschland. Oder willst du ein Eisenschwert? So redet doch kein... Ey, aber... Oma hat so einen Helm auf. Harnisch. Du hast jetzt einen Helm auf. Ich weiß. Hopp. 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 Oh nein. Topps schlagt mich. Ist Topps der Wolf, Julian? Topps, du rennst mir nach. Ich bin schon mal nichts, kann mich versichern. Ich bin ziemlich nicht, ich bin ein Schaf. Wir können ja zum Tester alle mal gehen. Wir testen. Hier, Flo. Geh mal. Geh mal testen. Ja, Topps, renn mir nach. Geht schlecht. Hallo. Okay. Ach ja. Topps renn mir nach. Okay. So schlägt mich. Au. Ich hab noch eine Herze auf. Seht ihr, dass ich pizze? Julian, was hast du gesagt? Hallo. Uch. Nein, Julian. Julian ist es. Julian ist es. Hallo, Julian. Warum fliegt Topps? Warum? Oh nein. Cheater ist unmöglich. Topps cheater, würde ich nur absagen. Nicht cheater mich. Hört auf. Schummler, haben wir das gesagt. Eisenrüstung und Eisenschwer. Kann ich mir nicht mehr kaufen. Oh, mei. Ich hab jetzt Gold und Emeraldos. Topps hat drei Nasenlöcher. Oh, auch schön. Und zwei Bauchnabel. Topps, wie ist es so? Ist bestimmt eine harte Kindheit gewesen, oder? Früher im Sportunterricht. Haben sich vielleicht sehr viel lustig über dich gemacht. Mit den zwei Bauchnäbeln. Äh, Bauchnäbeln. Topps hat ein Rücken am Kopf. Topps hat ein drittes Ohr am Rücken. Ey, was? Ein drittes Ohr am Rücken. Oh, bitte. Ich bin VW Golf. Wrum. Ich bin leider nur ein Schaff. Der Schaffner. Der Schaffner. Wolfner. Ich möchte hier looten, aber ich finde nur Holzschwerter. Ich tausche. ja tauscht du eine lederkappe gegen irgendwas gute lederkappe aber ich habe eine lederkappe ich habe keine geburt also falls irgendjemand das hätte gerne dann ich habe zwei lederkappen jetzt im angebot übrigens noch eine weitere gefunden jetzt ist noch eine lederhose dazu gekommen hey floh das ist doch denn das ist doch dein traum sein mund geht uns helft auf ich habe noch eine dritte lederkappe ich vergebe lederkappen wer auch immer gerne hätte es du kannst du gerne lederkappen tobst anstatt zehn fingern statt zehn war es riecht wie zu einem bauchnabel du meinst 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 du mit dem bauchnabel hat die so eine leichte obsession entwickelt ist etwa aggressiv ich finde keine kisten bin ich gar nicht etwas wollen wir mal ein stumpfes beleidigungsbetten machen mit lauter solchen sachen wollen wir waren also wenn wir uns unbewaffnet das wäre echt nicht cool ich habe kein wort verstanden weil du mit deiner nase geredet hast ich auch nicht ich habe den geheimen gefunden ja im geheimgang hier hat man einen geheimgang gebaut für uns die lederkappe steinschnitzel was ist denn ein steinschnitzel an die steinziegen ist der geheimen nein man kommt nicht wieder raus hier er ist hier doch doch aber es ist schwer gut gemacht ich habe angst dass ich runterfalle und ich will die kisten finden aber die kisten resetten so langsam und ich sehe ein geschenk ich bin ich nicht hallo ich kann dir pass auf ich gebe dir was feines ich gebe dir ein paar lederkappen hier ich nehme sie gerne danke ich wusste gar nicht dass es geht wieso wieso geht es denn wann geht das was denn wasser was ist denn passiert ist nicht dann bist du ich habe gesehen ich glaube dir nicht ich habe ich habe so ein herz ich werde nicht lüge ich wusste ich wusste ich wüsste schlechter lügner warum ist der boden weg ja warum ist der boden weg warum ist der boden weg flog wieso ist denn der boden weg jetzt hier habe ich zu schlagen das ist doch gut dann bist du du bist doch einfach dass jeder gegen mich geht das stinkt das stinkt stinken zu tubs stinken 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 laba reingelernt in den unterwasser ich habe jetzt eine leder tuniker Ich mag Thunfisch nicht, ich find Thunfisch ist einfach so ein, das sieht schon eklig aus, das kann nicht gut schmecken. Also selbst wenn man mal diese Subway Thunfisch Sachen gesehen hat, dann denkt man sich auch so, oh. Oh, Subway. Also ein Koppelfang, wir bestellen das immer. Subway Surfers. Das ist ein überragend, das ist ein Omei-Game, hab ich gehört. Wieso hab ich denn ein Gift jetzt auf einen? Weil Flo, ein kleiner Hacker-Man, ist sicher cheated. Ich hab wirklich nichts gemacht jetzt. Ich hab endlich mal genug Gold, um mir ein Weapon-Case zu kaufen. Und dann stirbst du eh gleich wieder. Jetzt sterb ich eh gleich wieder. Ich hab das Netblade. Ja, das Netblade macht neun Damage. Legt euch nicht mit mir und meinem Netblade an. Netflakes. Netflakes. Hier ist was. Ey, hier sind irgendwie alle Kisten gefühlt irgendwie benutzt. Ja. Topst. Conja, hör auf damit. Ich hab die nicht benutzt, wenn dann hast du die benutzt. Eigentlich nicht. Topsting. Nee. Oh. Das ist ein Fakt. Wer ist denn eigentlich der Wolf jetzt? Mal nur so ne kurze Zwischenfrage. Ich bin ein Schaf. Leute, ich hab nicht mal nen Schaub. Nee, ich bin schon wieder vor wie Golf. Okay. Es kann sein, dass ich der Wolf bin. Okay, ich mach jetzt was, was ein bisschen risky ist. Also vielleicht sterb ich gleich. Dann war es nicht der Wolf. Okay, dann war es meine Schuld. Oh nein! 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 Hallo. Oh, nice! Danke! Ich wollte ne Enderperle werfen und hab gedacht, ich komme an einen geheimen Ort. Aber dann ist sie nicht so geflogen, wenn ich dachte, dass sie fliegt. Und dann war ich tot. Nö, dann hör auf, mich die ganze Zeit anzugreifen! Topst! Ja, wenn du mich die ganze Zeit runterschubst, wenn ich irgendwie an einer Stelle bin, wo man... Ey, hat doch einen Verdacht, Topst! Ich hab... ja? Schau mal. Was ist denn das? Tops Hose! Hab ich in der Chess gefunden. Oh, was? Wieso ist Tops explodiert? Also hast du dich selber umgebracht? Hä? Ja, ich wollte mir ein Geschenk holen. Du bist vor einem Geschenk gestorben. Oh nein! Ich bin scharf! Ich bin auch scharf! Ich bin Yola! Ey! Ah! Okay. Hier ist alles leer! Die Kisten sind immerzu alle schon gelootet. Das ist doch Mist! Was soll ich das? Ey, aber Ronja, Ronja, Ronja! Weißt du, was ich habe? Alter, ich hab grad richtig Lack gehabt. Ich hab Lederhose gefunden. Du hast eine Lederhose gefunden? Ja, das ist ja verrückt. Ich mein, da hat man quasi schon einen Jackpot gezogen, oder? Oh, ein Shakepot! Ich bin jetzt an einem anderen geheimen Ort, wo ich mich vorhin hin erinnern wollte. Ich brauche eine Lederhose! Aber es hat nicht geklappt. Ich hab auch eine Lederhose! Nice. Jetzt können wir mit der Lederhose... Oh! Ich bin runtergefallen. Oh nein. Warte. Wieso bist du nicht tot? Hä? Weil ich nur zu drei Blöcke gefallen bin. Wer ist das? Ah! Nein, Flo! Bist du ganz runtergefallen? Ja. Ich bin schon wieder scharf. Ich bin der Wolf. Bist du der Wolf, ja? Ich bin der Wolf. Ich bin der Wolf. Nö, das ist so als Wolf. Bist du ein ehrlicher Wolf? Hör auf, Tupst! Komm! Geh runter! Er hat's jetzt... Warum killt ihr euch die ganze Zeit? Hör auf damit! Stockst du den Wahnsinn! Ich bin scharf! Der hat's nicht anders verdient! Was seid ihr? Hör auf, von daher! Hör auf! Halt Abstand zu nehmen. Halt Abstand zu nehmen. Halt Abstand zu nehmen. Halt Abstand zu nehmen. Ey, das ist locker wie der Tupst. Und der will jetzt nicht sterben. Er hat mir sein einziges umgebracht. Ernsthaft? Jörn, ernsthaft jetzt so? Was hat Jörn gemacht? Hör auf Leidahonen! Hör auf Leidahonen! Hör auf Leidahonen! Hä, es geht? Wüsste ich auch nicht. Würde ich dir sagen, es hat überhand genommen, dass wir uns nicht an die Regeln halten? Hör, ich halt mich an die Regeln. Ja? Flo, wieso denn kurze Zwischenfrage? So war dann vorhin der Boden weg! Das ist ne Falle, die schon mal gebotert hat. Aber seit wann? ich habe jetzt wenn ich wollte wäre könnte ich mir jetzt aber ich bin ich habe gar nix ich jetzt weinen okay wo geht es ins freibad warum jetzt freibad wenn ich sterbe war es das geschenk das geschenk war nicht du hast du körperlich aber ich war nicht das falschen ist nein ich will doch nur irgendwas was nicht müll ist bitte spiel ich kann den schwarzmarkt entland rufen recht ist er gerade sagen wo wir feuer das ist eine gute frage überlebe ich das eine arbeit ist der leber geholt und ich nicht wiederbelebt aber der schwarz möchte das sagt hat zeit aber er wird sich am brummen zu treffen oder so am anfang der schwarze da gibt er sagt er gibt keine standorte bekannt aber er ist am höchsten ort der welt alles klar ja dann könnte es sein dass ich mich auf den weg richtung schwarz aber könnte doch nicht sein aber man weiß ja nie also vielleicht ich würde dem schwarzemarkt hätte eigentlich nicht trauen aber er hat schon ein paar gute angebote okay hat er das so und es ist ein schwarzemarkt hätte aber ich meine können nicht mehrere leute zum schwarzemarkt händler gehen ja aber alles wirklich alles auch die lederkappen weg nur ein spieler okay ich brauche alles vor allem die lederhosen die brauche ich die muss ich den aliens geben okay hier okay tops und hier ist dann teil ich habe die gelegenheit genutzt er stand an der kante ist einfach egal wer die ganze zeit zu schlagen jetzt wird es hier aber langsam ich glaube ich geh jetzt im schwarzen warum das topsy wieder zum schwarzen oder von ist er schon Kann ich ihm helfen? Hey, hauf, Jan! Jan! Was? Wie hast du das überlegt? Jön ist der Wolf! Jön ist der Wolf! Jön ist der Wolf! Ey, nein, ich bin nicht! Jön ist der Wolf! Ich bin unten auf der Kante! Oh, Leute! Wie bist du da hingekommen? Ich bin... Kompletter Volldip! Nein, Ronja, bitte nicht! Ah! Ich bin sicher! Wuhu! Ich bin nicht! Bist du wohl? Du hättest mich gerade runtergeschmissen! Ich bin nicht! Sicher! Ich bin's nicht! Bist du? Flo, er lügt! Warum soll ich lügen? Ja, weil du der Wolf bist! Lügen darf man eigentlich gar nicht sagen! Ja, doch! Nein! Eigentlich darf man Tops immer runterschmeißen! Ja, das hab ich auch gehört! Okay, ich werd nicht! Aber ich mein, Tops ist jetzt eher auf dieser Kante, ne? Oh, Mann! Ja, bin ich total! Hallo, Ronja! Ronja? Ronja? Ich bin ihr entgegengekommen! Ich bin ihr entgegengekommen! Und Flo ist gestorben! Okay! Also, weißt du? Es ist Julian! Ja, wirst wahrscheinlich! Aber wo ist denn Julian? Ich hab's dir eben schon die ganze Zeit gesagt! Er probiert dich runterzuschubsen! Und du willst mich? Hey, 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 hey! Ich hab davor auch gesagt, es ist Julian! Aber dann warst du ja immer da! Dann hab ich gedacht, warum wir nicht die Chance ergreifen! Nein, bin ich nicht! Was zur Hölle? Okay, ähm, warte mal! Hier, äh, Ronja, gib Achtung! Halt Abstand! Halt Abstand! Halt Abstand! Halt Abstand! Wird's ein explosives Geschenk? Ne, aber es ist jetzt, äh, hier! Okay! Hast du schon, hast du Eisenschwert? Nö, ich hab ein Holzschwert! Danke! Hast du schon Eisenerüstung? Äh, ich hab... Bis auf Chesspads und Schuhe, ja! Äh, okay, das passt sogar! Warte mal, oder? Ich hab nur Chesspads oder was? Das ist Schnieke! Das ist doppelschnieke! Okay, gut! Okay, perfekt! Jetzt müssen wir nur Julian töten! Julian, was hast du zu seiner Verteidigung zu sagen? Eigentlich hätte ich mit dem Gold vielleicht Flo retten können, aber... Ah! Wo bist du? Ich hab ihn zuletzt hier umher dümpeln sehen! Aber er ist doch schnell! Ja, aber wir können auch schnell... Stimmt, apropos schnell! Achso! Hast du noch ein bisschen Gold? Ich hab noch Gold, ja! Jörn! Wer ist das? Hier ist ein Schwein! Oh, das ist Julian! Das ist Julian! Das ist kein... Nein, das ist... Oh, hallo! Was haben Sie denn im Angebot? Sicherlich! Wir haben einiges im Angebot! Nimm! Ja! Hier! Okay, okay, okay! Äh, hier, das kann ich euch geben! Ähm, reicht das? Äh, Tops, hast du was abgekriegt? Hier noch einen Diamanten! Bitte nicht durch! Hier, du kriegst doch ein bisschen was von mir! Rock Candy! Äh, Lego Schwert! 21 Attack Damage! Was zur Hölle? Was ist denn das alles? Ich mach gern Geschäfte! Japping Brace! Ach! Was ist das denn? Das... Alles... Aber das... Ich hab... Ich hab vier so... Schusswaffen! Das sind vier verschiedene! Okay, krieg ich auch eine? Ja! Die lustig ist? Hier! Verdien dich! Mein Schwert macht 38 Damage! Mein Bestes! Okay! Wie sieht das aus? Oh, Leute! Ganz schick eigentlich! Ich hab zwei! Hier nimm das andere! Warte mal! Äh... Dann hab ich doch den Bilderbomber! Und ne Bazooka! Okay! Ich glaub ich weiß, wo Jürgen ist! Wo ist Jürgen? Oder? Weiß ich das? Äh, warte, er ist doch... Er ist grad rüberge... in der Feld, oder? Keine Ahnung! Hab ich ja irgendwas gesehen? Jürgen! Jürgen wird leiden! Jürgen, wir haben... nur wenig Ausrüstung! Wir waren ein Schwarzmarkt-Tendler! Ja, Jürgen, wir sind schlecht... Wir sind... Wir sind ganz schlecht bei der Sache, Jürgen! Wir haben echt... Das könnt knapp werden! Wir könnten uns grad mal Schuhe leisten! Wir können vielleicht... Ja, aber nur Räderschuhe, ne? Ne, oder wie nennt man das beim Ballett? Diese Dinger, die man so um die Knie macht? Äh... Was? Ja, es gibt doch beim Ballett... Gibt's doch diese... weiß ich nicht, diese Stoffdinger, die man sich um die Knie macht, oder so... Weiß ich nicht! Das sieht so aus bei dir! Guck mal! Guck mal! Sieht bei dir so aus, oder? Okay... Nö! Diese dicken... Keine Ahnung! Eigentlich nicht! Okay! Jürgen! Wo bist denn du? Jürgen! Ja, bist du ganz schön... Eigentlich bist du schon ein schlechter Wolf! Eigentlich hättest du ja mal die Initiative ergreifen können... Ja, das ist echt so! Also... Ich meine, ich find's einfach schade... Ich find's schade, weil's einfach eine verpasste Möglichkeit ist, weißt du? Ja, ne... Ich bin nicht wütend, dass ich enttäuscht bin, weißt du? Ja... Hätte ich damals den einen Typen getreten, oder nicht? Das stelle ich mir immer noch so die Frage, ja... Julian! Wo seid ihr? Wir sind bei dem... Jürgen ist mein Spawn! Jürgen ist mein Spawn! Und ich hab' keine Chancen! Oh... Wow! Hahaha! Also auch nicht... Nicht, dass du wieder die Falle erinnernst, das ist wieder die Falle, ne? Oh, 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 oh! Du hast recht, das recht, das recht, das recht! Julian! Hey, Karloch! Julian! Hey, Julian! Werd' schön! Wenn du kommen würdest! Wenn du kommen würdest! Ja... Äh... Ender Pearl! Wo bist denn du? Ist er da? Ja... Ich bin jetzt da oben, ich bin oben, ich bin oben... Okay... Jürgen ist Bluma... Aber wo ist Julian? Ich hab' ihn gesehen! Hallo, Jan! Oh nein! Julian! Oh nein! Das ist überhaupt nicht gut! Wo bist du? Nein! Komm doch her! Komm doch her! Das macht viel! Nein! Komm her jetzt! Soll ich dir was... Was zeigen? Warte, warte, warte! Ich zeig dir was, okay? Oh Gott! Was denn? Rieche mich! Ich hörte ja gern! Was willst du machen? Ich zeig dir was! Ich zeig dir was! Okay! So, das war's mit dieser Runde! Äh, Wolf, wenn es euch gefallen hätten, lasst einen Daumen runter und abonniert den Kanal, damit ihr den Zellen verfasst! Wenn ihr Fans vom Schwarzmarkt-Händler seid, dann... Vielleicht kann das hier in Wolf 2 eingefügt werden, vielleicht ist das hier eine Rolle! Der Schwarzmarkt-Händler seid! Wer weiß! Die Wirtschaft gewinnt immer! Stopp! Würdest du sagen, es war lukrativ vom Schwarzmarkt-Händler? Es war ein fairer Dill! Wer hält mich grad... Das alles... Der Staat gewinnt! Schau mal, schau mal! Macht's gut, ciao! Ciao! Ciao!